Nicht deine Welt ist eine Geschichte, sondern meine. Es hat geklappt. Moritz? Dad? Ich dachte, du würdest dich freuen. Du warst fast anderthalb Jahre weg. Deine Mutter und ich dachten, du wärst tot. Und dann kommst du wieder. Und alles soll gut sein. Wo warst du? Vor ca. anderthalb Jahren hatte ich einen Traum von Harry Potter. Und dann, als ich aufgewacht bin, war er plötzlich da. Irgendwann ist mir dann aufgefallen, oder ich weiß nicht mehr genau, wie ich es rauskomme, aber irgendwie habe ich dann gemerkt, dass nicht er in meiner Welt war, sondern ich in seiner. Und jetzt gerade erst vor ein paar Minuten habe ich ihm gesagt, was ich rausgefunden habe. Und dann habe ich, ich habe keines gemacht. Und plötzlich bin ich wieder hierher gekommen. Sehr witzig, Moritz. Wir haben uns echt Sorgen um dich gemacht. Deine Mutter ist am Ende. Sehr witzig. Verdammt! Verdammte Scheiße, Mann! Was mache ich hier? Wo zum Fick bin ich? Hat Moritz mich irgendwie mitgenommen? Verdammte Scheiße, Mann! Und dann geht's wieder. Scheiße! 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 Musik Musik